Hallo, ich bin Michaela und normalerweise stehe ich als Fotografin hinter der Kamera, da mich meine Lieblingsseeker, die Brustella, für die Eis... wie heißt das? Eis-Pakke-Challenge. Eis-Pakke-Challenge nominiert hat. Ja, und das eigentlich für einen guten Sweck ist, mache ich natürlich mit. Logisch. Ja, worum geht's da eigentlich? Es geht um eine Krankheit. Stellt euch vor, ihr habt einen Muskelkrampf und diesen Muskelkrampf habt ihr im ganzen Körper. Ihr könnt also nicht mehr schlucken, ihr könnt nicht mehr essen und ihr habt keine Medikamente dagegen, weil die Krankheit leider so selten ist, dass es keine Forschungsmittel gibt. Ja, damit geforscht werden kann, damit wir den Menschen helfen können, machen wir diese Eis-Pakke-Challenge. Ja, und ich werde jetzt nun das tun, was alle anderen auch tun. Prost! Prost! Vielen Dank.